Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Top Trends. In diesem Video wollen wir uns den Tefal Secure 5 Neo anschauen. Mit einem Fassungsvermögen von 6 Litern eignet sich dieser hochwertige Schnellkochtopf aus Edelstahl perfekt für die Zubereitung von Mahlzeiten für die ganze Familie und besticht durch sein ansprechendes Design in Silber und Grün. Der Topf verfügt über einen langen Griff für ein komfortables Öffnen und Schließen, sowie einen kurzen Gegengriff für den sicheren Transport. Der starke Induktionsboden sorgt für eine gleichmäßige Hitzeverteilung und ermöglicht die Verwendung auf allen Herdarten, einschließlich Induktionsherden. Die Leistung des Tefal Secure 5 Neo Schnellkochtopf ist beeindruckend. Er bietet zwei Kochprogramme, die auf die verschiedenen Anforderungen von Gemüse, sowie Fleisch und Fisch abgestimmt sind. Die Intensivstufe erreicht eine Temperatur von 117 Grad Celsius, ideal für die Zubereitung von Fleisch und Fisch, während die Schonstufe mit 112 Grad Celsius perfekt für Gemüse, Reis und Kartoffeln ist. Dieses spezielle Garregler-System ermöglicht es, die Nährstoffe und den Geschmack der Zutaten optimal zu erhalten. Der Schnellkochtopf verfügt über ein fünffaches Sicherheitssystem, das ein sicheres Kochen gewährleistet. Die automatische Verriegelung beim Öffnen und Schließen, das druckgesteuerte Ventil, das Sicherheitsventil und die Deckeldichtung sorgen für zusätzliche Sicherheit und verhindern das Austreten von Dampf. Dank des Secure 5 Neo Systems wird der Druck im Topf automatisch überwacht und sicher abgelassen, um ein sicheres Kochen zu gewährleisten. Die Benutzerfreundlichkeit des Tefal Secure 5 Neo Schnellkochtopfs ist hervorragend. Der Zwei-Stufen-Garregler ermöglicht eine einfache Bedienung und die übersichtliche Anzeige informiert dich über den aktuellen Druck im Topf. Die automatische Verriegelung beim Öffnen und Schließen sorgt für zusätzliche Sicherheit. Das druckgesteuerte Ventil, das Sicherheitsventil und die Dichtung gewährleisten eine sichere Nutzung des Schnellkochtopfs. Der Topf ist für alle Herdarten geeignet, einschließlich Induktionsherde, und kann sogar in der Spülmaschine gereinigt werden. Im Lieferumfang des Tefal Secure 5 Neo Schnellkochtopfs befindet sich der Topf mit einem Fassungsvermögen von 6 Litern sowie eine Bedienungsanleitung. Angesichts der hochwertigen Verarbeitung, der praktischen Funktionen und der positiven Kundenbewertungen bietet der Tefal Secure 5 Neo Schnellkochtopf ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis. Die Langlebigkeit des Edelstahls und die zusätzlichen Sicherheitsfunktionen machen diesen Schnellkochtopf zu einer lohnenswerten Investition. Das war's mit unserem Video über den Tefal Secure 5 Neo Schnellkochtopf. Du kannst ihn dir genauer ansehen und den aktuellen Preis prüfen, wenn du am besten sogleich auf den angegebenen Link unterhalb dieses Videos klickst. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast, und wir hoffen, dass wir dir bei deiner Entscheidung den Tefal Secure 5 Neo Schnellkochtopf zu kaufen helfen konnten. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zum Schnellkochtopf von Tefal haben, schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem wann du das Video schaust. Bis zum nächsten Mal.